Sehr schön. Gut. Dann lassen wir Frank ein bisschen erzählen über den aktuellen Stand der Technik hinter dem deutschen WordPress-TV-Team. Bereit, wenn die Technik es sagt. Wenn die Technik es spielt. Frank, leg los. Ja. Sven, darf ich? Ich darf anfangen. Ja. Okay. Dann, willkommen. State of TV, Edition 1023. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, 2018 gemacht. Mach ruhig weiter. Genau. Vortragsaufzeichnung. Warum, wieso, weshalb, was wollen wir da eigentlich tun? Warum? Grundsätzlich Dokumentation der Veranstaltung für Teilhabe und für zeitautonomes Ansehen. Also Dokumentation ist halt gut, wenn man so eine Veranstaltung macht, sondern dann im Nachhinein dokumentiert, was man da natürlich getan hat, was ist passiert. Leute, die nicht da waren oder die den einen Dreck waren, konnten ja an den anderen nicht sein, die zur Teilhabe befähigen an dieser Veranstaltung, indem sie sich die Videos anschauen und runterladen können. Und wenn man Videos nachträglich gucken kann, ist man halt zeitautonom. Man kann es sich dann anschauen, wenn es passt. Das macht nichts. Aber hier kann ich meinen Bildschirm besser sehen. So, was wollen wir eigentlich tun? Wir möchten die Vorträge aufzeichnen, optional Streaming, und zwar den Bildschirm des Vortragenden, das Bild des Vortragenden und natürlich den Ton des Vortragenden. Im Idealfall haben wir keine Nachbearbeitung und es reicht eine Person zur Bedienung. Das mit der Nachbearbeitung ist der Punkt, das sind meistens Leute, die eher auch das WordCamp organisieren oder da sehr nah dran sind. Die haben meistens, wenn so ein WordCamp vorbei ist, müssen sich erst mal wieder um ihre Arbeit kümmern. Und wenn dann Videos nach vier, sechs, acht Wochen erst hochgeladen werden, interessiert die keiner mehr. Dann ist das Camp vorbei. Deshalb wollen wir eigentlich im Idealfall jetzt in der Pause Dateien kopieren und schon hochladen können. Genau. Wie fing das an? Dann nochmal weiter. Das ist Hamburg 2014. Da konnte man sich als Organisator von der WordPress Foundation Kamerakits ausleihen. Da hat man eine Kamera gekriegt und war damit allein gelassen. Die hat man dann irgendwo hingestellt, aufgenommen, irgendwann wurde es bearbeitet. Das sah so aus. Das sind bewegte Pixel. Den Inhalt da auf der Leinwand kann man in der Regel nicht erkennen. Wenn man ganz viel Glück hat, dann ist wenigstens der Ton so, dass man versteht, worum es geht. Aber eigentlich können wir uns die schenken. Das wollen wir nicht. Und 2015 haben wir angefangen, oder ich selbst erstmal, damit, wie können wir das anders machen? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Das ging dann los mit einer Webcam, Ansteckmikro und bei uns im Meetup. Ich habe Camtasia im Hintergrund mitlaufen lassen. Das funktioniert dann, wenn ich im Meetup einen Vortrag gemacht habe, halt erstmal ganz gut. Jetzt bei einem Wordcamp mit vielen Speakern klappt das natürlich nicht. Wir hatten dann 2016, wo wir das Wordcamp in Nürnberg gemacht haben, das Glück, dass wir Hilfe hatten von den Joomla-Kollegen, die mit ihrer Hardware da sind. Weil viele Open-Source-Communities haben alle gleiche Probleme. Und die hatten schon was, das hat auch gut funktioniert. Das haben wir uns auch sehr genau angeguckt. Das scheitert aber daran, dass sie allein schon 1000 Euro pro Rechner für die Software-Lizenz ausgegeben haben. Die haben zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube Wirecast war das, benutzt. Und das war dann etwas, was für uns erstmal überhaupt nicht in Frage kam. Es war dann aber, das Wordcamp in Nürnberg war dann aber der initiale Auslöser, mich da sehr, 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 sehr intensiv mit zu beschäftigen. Der grundsätzliche Aufbau ist so, wie wir ihn hier sehen, und er ist auch gleich geblieben. Wir haben oben links den Speaker vor seinem Laptop, da haben wir eine Kamera, das ist die da auf dem Tisch, die auf ihn drauf hält. Die geht in den Laptop dort auf den Tisch. Wir haben halt das Audiosignal, das in den Laptop geht und das Signal des Rechners geht in eine wie auch immer geartete Capture-Box direkt in dem HDMI-Signal. Von da aus weiter auf den Beamer und aus der Box auch irgendwie in den Laptop. Der fusselt das dann irgendwie zusammen und schreibt eine Videodatei raus und optional einen Stream. Das ist dann das Erste, was wir so gebaut haben und im Prinzip so, wie wir es heute auch noch einsetzen. Wir haben verschiedene Screens, zwischen denen wir umschalten können. Den Titel, Speaker groß, Folien klein, umgekehrt Folien fullscreen. Das macht man dann nach Gefühl und je nach Situation, sind die Text auf den Folien sehr klein, macht man die halt fullscreen. Das ist das, was der Speaker erzählt, viel interessanter und die Folien gehen gerade eigentlich ein bisschen in den Hintergrund. Dann macht man halt den Speaker groß. Wir haben ein Sonderfall, wir haben das Problem, dass wenn es ein Contributor-Day gibt, egal ob der vorher oder hinterher ist, sind wir damit beschäftigt, aufzubauen oder die Videos zu bearbeiten. Wir können ein Contributor-Day nicht nutzen, um uns auszutauschen oder mal neue Sachen auszuprobieren. Daraufhin haben wir 2018 das erste Mal ein TV-Camp ins Leben gerufen, wo der harte Kern einmal im Jahr mich bei mir auf meinem Dorf besucht und wir uns da eingemietet haben. Bei mir ist es darin begründet, dass ungefähr drei Viertel der Hardware einfach bei mir steht. Dann ist es einfacher, die Leute kommen zu mir, als wir fangen mit der Logistik an, die Hardware durchs Land zu schieben. Dann machen wir weiter. Genau, Hardware. Während alle anderen Teams irgendwie Software haben, die installieren sich was lokal auf ihren Laptop oder viele Dinge sind online, wir haben eine Hardware-Schlacht. Schlicht und ergreifend. Wir reden hier von Audio- und von Videotechnik, also wir reden hier von Dingen, wo man extrem viel Geld ausgeben kann. Und wir haben, mach mal, glaube ich schon mal weiter, genau. Wir haben 4 plus 1 Sets. Links, das ist der grobe Aufbau von einem Set. Wie es da jetzt zum Beispiel steht. Davon haben wir insgesamt vier Stück. Wir haben sich im Laufe der Zeit nach diesem Foto schon ein kleines bisschen verändert. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich will nochmal ein richtig großes. Da war es Soltau ausschlaggebend. Da habe ich mir nach Soltau 2018 mir überlegt, was hätte ich gerne, wenn wir Soltau nochmal machen für den großen Raum. Da ist dann sowas bei entstanden. Da war auch der Hintergedanke, das Ding soll Geld verdienen. Dann kam Corona. Das Ding hat noch nicht einen Cent eingespielt. Ich wage gar nicht darüber nachzudenken, was da den Wertverfall angeht. Aber die kleinen haben wir grundsätzlich vier Stück. Wir haben so Köln zum Beispiel, Barcamp-Style mit vier Slots, können wir damit abdecken. Dann nochmal bitte weiter. Ja, genau. Welche Software nutzen wir? Das ist schnell erledigt. Wir nutzen OBS derzeit, weil alles in den Laptop reingeht. Mehr erstmal nicht. Machen wir weiter. Ja, Probleme. Mein Lieblingsthema. Was für Probleme? Welche Learnings, welche Erfahrungen haben wir gemacht seit 2017, seit wir damit angefangen haben? Jegliche Konsumhardware stirbt uns weg. Die ist nicht dafür gebaut. Das mag jetzt komisch klingen, weil wir nutzen sie ja nur ganz selten. Wenn wir sie nutzen, dann halt mal so drei Tage am Stück. Mehr oder weniger rund um die Ohren. Wir haben HDMI-Switche, die so Auto-Switching machen. Weil früher hatten wir einfach verschiedene Inputs. HDMI, Displayport, Thunderbolt. Je nachdem, was der Speaker brauchte. Dann sollten die halt automatisch umschalten. Die sind jetzt alle komplett weggestorben inzwischen. Wir haben für das Abgreifen des HDMI-Signals, sind wir früher auf Elgato Game Capture gewechselt. Das war das erste, was damals verfügbar war und am besten funktionierte. Von dreien sind uns da inzwischen auch zwei gestorben. Ein Laptop ist uns inzwischen gestorben. Wir wollen komplett weg von den Consumer-Zeugs. Das ist das Problem. Wenn wir gucken, inzwischen hat Blackmagic ziemlich coole Geräte. Das Problem ist, von unseren Ansprüchen her, wir brauchten von den Atem-Minis den größten. Das heißt, da reden wir jetzt von 1.500 Euro Investition pro Set. Nur dafür. Und eigentlich sollen die noch umgebaut werden, weil andere Probleme vor Ort, grundsätzlich die Zeit. Wer gestern da war, wir hatten gestern den ganzen Tag zum Aufbauen. Trotzdem war das letzte Problem, dass wir überhaupt Ton da rauskriegen, war heute Morgen gelöst. Frequenzbereiche sind immer ein Problem. Weil wenn wir mit unserem Zeug irgendwo hinfahren, wir wissen halt nie, was uns erwartet. Hier war es halt Luxus. Also Köln oder andere ist es halt so, da darf man am Abend vorher mal für drei Stunden rein und aufbauen. Die Überraschung ist dann immer, was kann der Beamer vor Ort? HDMI ist halt das Problem, jedes Gerät in der Kette darf mitreden. Was es kann, was es will, was es erwartet und was es nicht erwartet. Audio, der Venue ist ein Problem. Haben wir heute erlebt. Exotische Hardware. Viele professionellere Konferenzen machen es halt so, dass die Menschen vorher halt ein PDF anreichen. Und dann wird das abgespielt. Wir haben es halt häufiger mal, dass Leute sich auch was live zeigen wollen. Und live halt vielleicht nicht nur im Browser, sondern Kommandozeile bei sich selbst. Das geht halt nicht. Die müssen mit ihren Rechner da ran. Das heißt, wir haben halt so einen typischen Durchlauf, jetzt mit Lightning Talks. 10, 15 verschiedene Leute, die über den Tag verteilt, sich da jetzt ran stapseln mit unterschiedlicher Hardware. Das soll mit allen funktionieren. Adapter funktionieren nicht immer. Bildschirmtreiber machen manchmal von Grafikkartenherstellern ganz komische Dinge. Ich habe schon erlebt, dass einer meinte, du spielst deinen PowerPoint ab, dann gebe ich auf deinen HDMI-Ausgang jetzt mal ein Kopierschutzsignal. Wo dann unsere Hardware, können wir nicht, dürfen wir nicht. Querbeet, alles. Heute Morgen hatten wir Probleme, dass mit der einen Kamera, was bei den Tests noch nie aufgefallen war. Wir lernen jedes Mal dazu. Wir kaufen jedes Mal Sachen dazu. Im Vorfeld, als wir hier den Grundriss gesehen haben, hieß es, okay, wir kaufen noch zweimal 50 Meter HDMI-Kabel auf Glasfaser, weil wir nicht genau wussten, von wo nach wo wir jetzt mit dem Video mussten. Gestern Morgen, dann war die Überraschung, der Beamer, so wie er da ist, geht nur per WLAN und per Windows. Also, Kabel ziehen da oben hin, all solche netten Sachen. Und, das glaube ich, auf der nächsten. Aber, wir haben keinerlei Budget. Das ist unser Hauptproblem. Das sind eine Handvoll Leute, die bekloppt sind, weil sie das total geil finden, die das machen. Und ab und zu können wir Teile von Hardware-Rechnungen bei einem WordCamp mit einreichen, wenn die am Ende feststellen, wir haben noch Geld über. Ansonsten ist das halt ganz viel davon Privatvergnügen, tatsächlich. Wollen wir weiter? Achso, okay, weiter. Na, Ansprüche, Wünsche. Was, wo wollen wir hin, was möchten wir? Tatsächlich. Weniger Aufbau. Das meint, wir wollen das nicht mehr so auf dem Tisch haben, das kostet zu viel Zeit. Das soll alles irgendwie in einem Rack verbaut werden, wo alles fertig verdrahtet ist und dann kommen wir irgendwie in die Location rein und dann muss da noch Strom dran. Die Kabel zum Beamer und zu den Kameras, aber die interne Verkabelung kostet zu viel Zeit, fehleranfällig, muss weg. Kostet viel Geld. Meine Thomann-Wunschliste dafür, um das nächste Set umzubauen, aktuell 2.000 Euro. Zuverlässigkeit? Jegliche Konsumer-Hardware muss da raus. Wir brauchen mehr Profi-Zeug. Kostet viel Geld. Wir drehen uns da im Kreis. Es geht immer nur ums Geld. Genau, mehr Profi-Hardware. Ganz genau. Es gibt Spielereien, da haben wir schon mal rumgepasst, so On-Air-Anzeige und Speaker-Informationen. Da gibt es Prototypen, die wir mal gebastelt haben. Das kommt so nebenbei dann mal mit, weil wir es geil finden. Das ist jetzt natürlich total nicht wichtig. Und wenn man viel weiter in die Zukunft denkt, wo man tatsächlich hin möchte. Klar, mehr Kabel in Länge und das Digital Signage, was wir extra haben. Da könnte man ja noch Infosysteme, die draußen stehen, vor den Vorträgssälen. Stage-Monitor, den Speaker kann man beliebig hochskalieren, wenn man aus den Vollen schöpfen könnte. Aber das sind alles so Dinge, die haben wir halt irgendwie mal im Hinterkopf. Das ist alles nicht wichtig, aber Zuverlässigkeit und Zeitersparnis, das ist definitiv total wichtig. So, dann nochmal weiter bitte. Genau, danke. Es gibt ja ganz viele Leute, die muss ich... Viele nicht, es sind tatsächlich nur sechs. Aber bei denen muss ich mich tatsächlich ganz, ganz doll bedanken. Es sind hier aber Stefan und Christian. Das sind nämlich die beiden deutschen Moderatoren auf WordPress TV. Also das funktioniert so, wenn wir die Videos auf WordPress TV hochgeladen haben, müssen die erst moderiert werden. Und das Verfahren ist so, dass die Videos werden freigeschaltet von Menschen, die die Sprache verstehen, damit sie kontrollieren können und sicherstellen können, dass irgendwie von dem, was geredet ist, das in Ordnung ist, dass das, was auf den Folien steht, in Ordnung ist. Da gibt es ein paar Regularien, die eingehalten werden müssen. Das hat dann wieder mit den... Dass die WordPress Foundation eine Stiftung ist und irgendwie Stiftungsregularien und so was. Das sind derzeit nur Stefan und Christian. Das ist im Normalfall nicht schlimm. Wenn mein Meetup ein Video hochlädt und das einen Tag später veröffentlicht wird, kein Problem. Wenn wir jetzt noch so WordCamp 40 Videos hochladen, ist das ein Problem. Dann haben die beiden echt viel zu tun. Genau. Thomas und Walter. Bei Thomas steht ein Videoset. Das hat er auch soweit zusammengebaut. Ich verliere immer noch ein Mikro. Obwohl er nicht beim WordCamp ist, war er gestern da und hat ganz fleißig mit aufgebaut. Steckt da auch viel Zeit mit rein. Und Walter ist eigentlich auf den WordCamps immer fürs Videoteam dabei. Er kommt auch immer zum TV-Camp. Er bringt noch anderes Zeug aus seinem Fundus noch mit für den Fall der Fälle, dass wir doch nochmal irgendwo einen Adapter brauchen, den wir nicht haben oder so. Und Sven und Elaine, die beim TV-Camp immer dabei sind. Und Sven ist da, macht gerade Volontier. Elaine ist nicht auf dem WordCamp. Die aber regelmäßig immer auch zum TV-Camp kommen und da in Dokumentationen arbeiten, Fotos machen und all sowas. Aber das war's. Mehr Leute sind wir nicht. Ja, wir haben Volontiers. Die haben ja gesagt, das soll einfach sein. Also die Volontiers haben fünf Shortcodes, mit denen sie das machen können. Aber wir haben immer noch genügend Fehleranfälligkeit für verschiedene Dinge. Die wollen wir ändern. Wir werden verschiedene Sachen noch unter eigener Software machen. Also OBS kommt weg irgendwann, ist auch fehleranfällig. Aber es ist ein langer Weg. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich, wie finanzieren wir das eigentlich langfristig. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.